Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play DayZ, die Mod von Arma 2 Und heute ist auch mal wieder der Markus dabei Ja, mal wieder Das erste Mal, dass du mich gefragt hast hier Ja, ja Das letzte Mal hatte ich übrigens auch Zeit gehabt Hattest du? Da hatte ich genug Zeit dafür Heute Morgen um 10 hattest du glaube ich keine Zeit, oder? Heute Morgen um 10 Oh ja, da hatte ich Da hattest du Schule Ja, aber ich hatte Deutsch frei und bin dann nach Hause gefahren Hab mir gedacht, okay Doch ich hatte Zeit Oh scheiße Ich hatte den ganzen Tag Zeit, ich hab Ferien, Junge Ja, und ich hab noch Schule, ey Und schreib noch mindestens eine Arbeit Und was schreibst du denn? Ethik Ethik Ich hab kein Ethik mehr, ja Nordrhein-Westfalen Religionsmündung, äh, mündig Religionsmündung Mündung, ja Darf ich entscheiden, ob ich Religionsunterricht mache oder nicht? Oder Ethik unterricht Alter Hoffentlich sitzt hier nicht wieder so ein dummer Sniper, ey Aber ich hab ja eine Waffe diesmal Ja, pass auf, dass du mich nicht abknallst Ich bin nämlich mit Gilleschut rum Oh ja, der kriegt aufs Maul Aber ich weiß ja, wie du heißt Scheiße, jetzt bin ich ohnmächtig Wo liegst du denn? Keine Ahnung, auf einer Brücke Nicht unter einer Brücke, auf einer Brücke Naja, unter einer Brücke wäre irgendwie göttlich gewesen Ähm, ja Wir sind auf einem Server, der eine übelst geile Ping hat, wie immer Beziehungsweise eine übelst geile Internetverbindung hat der Server Ne, Markus? Ja Oh ja Hammerhart, sechs Frames Boah, ich steh da drauf Boah, ich hab mittlerweile sieben Boah, Hammer Und ich mach halt dir die Tür zu Man muss nicht mein Bruder immer mithören Ey, willst du wohl aufstehen, bitte? Und für alle, die uns noch nicht aufgefallen ist Ich hab mir mal Marcel's Headset gekrallt Damit ich auch mal einen guten Sound hab Oh ja Einfach Marcel sein Headset abnehmen Markus? Ja was? Ich bin auch da Ich dachte, ich wäre auf die Mute-Taste gekommen Bist du nicht Gut zu wissen Oh man, ich wollte nach Cerno Und bin hinten an diesen Fabrikhallen rausgekommen Hätte ich auch nochmal beim Flugfeld vorbeigehen können Naja, egal Oh, hier hab ich meine G-17 gefunden Alter, weißt du, wie geil das Ding ist? So eine G-17 Das rockt voll So Oh, tot Lol, ich kann mich gar nicht mehr bewegen Soll ich dich abholen? Wenn ich das machen will Ja, ich bin auf dem Weg Früher oder später Wo bist du denn? Auf der anderen Seite von Cerno Ja gut Ich bin Lieg mitten auf der Straße Ich komm von Richtung Dieser Militärbase Das weiß grad gar nicht, wie die Stadt heißt Muss erstmal wieder die Map aufmachen Balota? Ja Das ist genau auf der anderen Seite Ja, genau auf der anderen Seite Und ich hol mir jetzt erst nochmal was hier in der Fabrik drin ist Weil ich hab keinen Rucksack Keinen vernünftigen Nur eine geile Waffe Naja, geil Aber ich hab zumindest schon mal eine Waffe Geil Das Einzige, was ich jetzt machen kann Ich kann mich drehen Nee, dreh dich unter die Brücke Das wär schon mal ein Vorteil Nicht das drehen Ich bin auf dem Fleck so 180 Grad Äh Ja, 360 Grad Drehung Ich kann mich nicht aufstellen Ich kann mich nicht bewegen Ich flieg da einfach nur Und kann man Ja Und seh ich fast gar nichts Achsbäunig Reifenbäunig Was liegt denn da hinten? Fein ist ein Tank Brauch ich auch nicht Da noch Noch ein Reifen Alter, du sollst ein Auto finden Und keine Autoteile Ja Hier könnt ihr auch ein Auto spawnen Zur Not Zur Not Jetzt ob ich ein Auto finde, ey Lol Ich hab irgendwen anvisiert In einem Meter Lol Ich hab hier überall Markierungen Von hier, hier, hier steht irgendwas Und bla bla Bei mir stand da eben Mann in zwei Metern Es kann sein, dass natürlich Ich mich selber anvisiert hab Aber hier Nein, ich mein auf der Karte hier Das sind überall Markierungen Von irgendwelchen Orten Ja, deine immer noch Das war ja deine Als du gestorben bist Bei unserer letzten Aufnahme Wann bin ich mal nicht gestorben? Bei unserer letzten Aufnahme Letztes Mal Ja, ich bin immer gestorben Ja Das ist Das ist deine Aufgabe hier anscheinend In diesem Spiel Ja Irgendwer muss doch gesnackt werden Ja Vor allem wenn es dunkel ist Alter, das kotzt mich ja so richtig an Als Sniper im Dunkeln Das ist das Geilste Was du machen kannst Legst dich oberhalb von Cerno hin Und gibst denen allen aufs Maul Ja Wenn du eh nichts machst gerade Kannst du mal gucken Wie viele Leute auf dem Server sind Sagst du einfach auf I Nee, warte Ja Nein, das ist nicht I Ähm Ich geh mal kurz raus Vielleicht kommt, wenn ich wieder reinkomme Ach, wir sind alleine auf dem Server Ja, geil Dann brauche ich mir auch keine Angst machen Durch Cerno zu laufen Da komme ich jetzt mal wieder rein Und hoffentlich Habe ich noch alles Bin ich tot oder sowas Ja, bin ich kaputt Dann hole ich mir noch den Militärspot In Cerno Wobei, ich laufe einfach einmal durch Und gehe dann mit dir das alles ab Das wäre mal sinnvoll hier Ich habe drei Blutpack Ja, ja Ich habe sogar einen Flashlight Ich aber nicht Oh ja Aber es ist gar nicht so dunkel Ich frage mich Ich frage mich, wo ich das hingeworfen habe Warum vor allem? Ja, das ist auch eine gute Frage Wahrscheinlich habe ich gedacht Ich werde es wahrscheinlich sowieso nie nachts spielen Habe ich selber weggeworfen So, gleich bin ich in Cerno Warte auf den Spieler, um zu erstellen Oh, gelbe Ping Boah Oh ja Gleich stürzt der Server Ach ja, ich fahre jetzt nächste Woche in Urlaub Für alle, die es noch nicht Letzte Aufnahme mitgekriegt haben Das ist glaube ich die Woche Wenn die Folge ausgestrahlt wird Oh ja Ich bin jetzt im Urlaub Da gibt es kein Empire Earth Das habe ich mir sowieso nie angucken können Oh ja, das war so stinklangweilig Außer die Folge, wo ich cheate Weil ich den Gegner einfach an die Wand gecheatet habe Also wirklich In einem Let's Play zu cheaten Also wirklich Atombomber Atombomber auf ein Ritterfest Und es war so geil Ich habe mich so gefeiert am Ende Es war so göttlich Oh scheiße Komm, geh rein jetzt Hm, das hörte sich zweideutig an Ja, das sollte es auch Hm Ja, wie lange will denn der Zombie noch hinter mir laufen Oh, halt's im Maul, Junge Na, kotzt der mich wieder an Das, das nehme ich mal als Ja, also Bitte lass den Bus da sein Der Z-Gott, der kein Zombie ist Bitte lass den Bus da sein Ja, ich kann wieder laufen Wow, er kann laufen Ja Die Frage ist, wie lange Hast du eigentlich mitgekriegt? Ich habe jetzt mittlerweile einen Laptop-Kühler Ja, damit er nicht immer wieder abbrennt, was? Mhm Ja, ich kriege nächste Woche ein MacBook Pro Willst du auf dem MacBook DayZ zocken? Das habe ich nicht gesagt Von wem kriegst du denn bitte ein MacBook? Von meiner Mutter Von wem sonst? Von Apple oder was? Unfair Ich dachte, das war eine Schule Ja, das hätte ich auch kriegen können Dann hätte ich richtig rum geflamed, Alter Von der Schule? Von der Schule kann ich es da mit Rabatt bekommen Ja, ich kriege eins, wenn ich studiere Anfange Also, irgendwann Irgendwann, wenn du studierst Ja, wenn ich mal mit der Schule fertig bin Wenn du es mal schaffst, dir Ich bin noch nicht sitzen geblieben, ne? Tja, ich schon Aber ich bin trotzdem noch weiterführende Schule gekommen Auf ne wat? Von der weiterführende Schule gekommen Ja, dann sprich mal ordentlich und deutlich Ja, das ist zu beleid Alter, die geilste Story, ja, ne? Ich wollte mir Empire Earth kaufen Im Saturn Ja, das hast du mir schon zigtausendmal erzählt Ja, und dann habe ich es einfach im Schrank gefunden Das hast du auch beim ersten Dings da Ich weiß Gesagt Oh ja Es ist doch schon ein scheiß Zombie Und? Fällst du schon wieder um? Nein Ach ja, ich erinnere mich Wo du dann keinen Schuss mehr hattest Und irgendwas töten wolltest Ah, ich das? Ja Hm Ich erinnere mich nicht dran Ist schon länger her Also so lange spielen wir DayZNorbi auch nicht Ich weiß gar nicht, bei welcher Folge wir sind mittlerweile Ich glaube Pan 20 Also die Folge Die jetzt so während der Aufnahme gerade oben ist Ist 23 Ja, genau Und wenn, wann diese Folge hochkommt In meinem Computer habe ich noch 27 Das weiß ich Gerendert Wann diese Folge hochkommt Weiß ich nicht wie viele das sind 35 oder so glaube ich Könnte das sein Oder 30 könnte das auch sein Ja, 30 würde ich sagen Dramatische Musik Wie ich durch Cerno in Zeitlupe renne Zeitlupe, ja Ich laufe eher so im Stockendem Verkehr durch Bist du auch schon in Cerno? Ähm, nicht ganz Ich sehe die Stadt Aber ich bin noch nicht da Ich auch Oh mein Gott Heute war Deutsch so lustig Äh, Englisch so lustig Einer ist einfach rausgeflogen Weil er seine Mütze nicht abziehen Also er hat seine Mütze abgezogen Ich sag den Namen jetzt nicht Ein Typ der immer mit Mütze rumhängen muss Und sich dadurch cool verhüllt Mit so einer Wollmütze Du weißt, wen ich meine, oder? Ne? Ich schreib's dir mal Naja, und der ist dann rausgeflogen Weil er erst die Mütze abgezogen hat Und dann hat er die abgezogene Mütze Sich auf den Kopf gelegt Oh Mann Und dann ist meine Englische Hörerin Einfach ausgerastet So, ich hab's dir geschrieben Ach, der spast den Kopf Oh ja, der spast den Kopf Alter, kann diese Kotzkrücke mal aufhören Mir zu verfolgen? Ich hab zwei hinter mir Ja, ich, ja Ich mittlerweile nur noch einen Ich renne jetzt mal wirklich Alter, ich seh nichts mehr Oh, das ist ganz schlecht Und warum? Jetzt seh ich wieder was Oh ja Alter, es gibt jetzt bei Minecraft Einfach Hexen Ja, Hexen Und Hexenhäuser Na dann? Ich hab's dir noch nicht angeguckt Voll schlimm, ey Aber ich hatte da so eine richtig geile Idee Für so ein Für so ein Special LP Werde ich natürlich jetzt nicht verraten Aber Ja, das wäre nicht gut Ähm Ja, der Zombie ist weg Ich komm mal auf die Karte So, ich bin jetzt beim Ortsschild Verdammt hinter mir ist ein Mann Ja, hatte ich eben auch Wie nah Markus? Was? Wie nah? Wie nah? Ja, ein paar Ich denk mal so 500 Meter oder so Lol Auf der Karte, mein ich, wird das gezeigt Achso Ich dachte, du könntest den anvisieren Ja, das nicht Oh, ich hasse die Zombies, ey Du brauchst ja, glaub ich, zwei Blutpacks Ich brauch auch eins, glaub ich Ich hab nämlich nur noch Was? Du brauchst zwei Blutpacks, oder?